So, hier ist der Passenger-Port. Fahr doch mal vor. Gucken, was sie uns erzählen. Kasem? Ja? So, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt hier. Nicht wegen der 600.000, sondern ähm... Das ist unser Schiff. Das bringt uns nach Kasem. Da sind unsere Motorräger. Und wie man sieht, muss erst noch andere Ladungen drauf, bevor wir dann noch dazu gequetscht werden. Zwei nach Baden-Württemberg. Da ist kein Licht an. Bah. Mach. Mah. Dann haben sie Transpassiert an. Huh, Planung. Der, wer aus dem des...! Und vertrellet werden, точ Off dem du es. Der, wer aus dem... Ja, das sieht so aus. Hier vorne rechts. Hier vorne rechts. Hier vorne rechts. So, wollen wir mal schauen, wie das Petten Oskar ergangen ist. Hier haben sie jetzt gewohnt, zehn Wochen und ist ganz schön staubig, glaube ich. Und wie läufst du, Frau Neumann? Ja, ich bin vollgas. Ich war jetzt 92, also der Gegenwind war schon mal schlimmer. Ja, da haben sie dann noch acht. So, Jan, jetzt hat es nur der Morgen. Wir sind gestern in strömenden Regen auf der Suche nach einem Hotel. Das ist eigentlich durch die Straßen hier gebrückt. Und dann sind wir verfolgt worden. Total penetrant. Bei der Einfahrt war schon der erste. Er hat eine Vollbremse gemacht, ist rechts übergezogen, ein Bild gewunken. Dann sind wir hier durch die Stadt gefahren. Das war so gut zum nächsten Hotel. Da kam der nächste an, hat dauernd gedrängt. Und es war nichts wichtiger für ihn, als mir diesen Garfield-Aufkleber in die Hand zu drücken. So. Und dann, nachdem ich den bekommen habe und eigentlich wenden wollte, mir noch fast dabei über den Haufen zu fahren. Aber er strahlte wie ein Honigkuchen. Pferden fand das alles total toll. Tolles Geschenk. Ich glaube, wir sind am Nordkap. Wir haben uns schon wieder verfahren. Scheiße. Mist. Ist aber auch mit diesem GPS da, da sollte man besser nach Karte fahren. Da hätten wir das schon gesehen, dass das hier in Norwegen ist. Ja. Wir haben an dieser Tankstelle diesen Super-VW-Bus, ein Kitty-Mobil in Rot, kennengelernt. Und sind zusammen erstmal 80 Kilometer bis zu einer Karawanserei gefahren, zum Teetrinken. Dort haben wir die noch kennengelernt. Sie hier aus dem VW-Bus ist eine Vize-Weltmeisterin im Eisklettern. кош$%RG und die haben uns jetzt eingeladen. householdsOME $%$% $%$%! Das war schnell. Ja, das stimmt. Oh guck mal, Eier hat er zwischen den Weinen hier links und mir. Und Milch hat er hängen. Okay, die nach vorne funktionieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Düsseldorf, Krefeld, Düsseldorf, Cologne. See you. Bitte? Das ist Karls Lackmann, der funktioniert ja in den Ampel. Ja. Connected.